Alles ist Zahl und damit Unterschied. Alles ist Zahl und Unterschied oder das Weltgeschehen in Zahlen. Alles, was wir so tun, alles, was wir differenzieren, was wir also unterschiedlich machen, was wir zählen können, was wir irgendwie summieren können, mit dem wir also im weitesten Sinne rechnen können, können wir in Zahlen ausdrücken. Und Zahlen bedeutet, dass es ja nicht die Dinge an sich sind, also so wie die Dinge sind und wie ihre Natur ist und wie sie sich dadurch verhalten oder wie sie sich dadurch gegenseitig bedingen, ist wichtig, sondern das, wie sie sich zueinander in einem Zahlenverhältnis verhalten. Es ist egal, wo wir hingucken, wenn wir so die täglichen Nachrichten hören, sehen, wenn wir einen Wetterbericht sehen, wenn wir Kriegsgeschehen dokumentiert sehen oder als Information serviert bekommen, dann bekommen wir das der Einfachheit halber oder der Abstraktion halber in Zahlen mitgeteilt. So und so viele Tote, so und so viele Verletzte. So und so viel ist die Inzidenz, zum Beispiel bei der berühmten Corona-Pandemie. Und die Inzidenz ist heute auch noch so ein tägliches Werkzeug, das man überall in der Information mitgeteilt bekommt. Steigen die Zahlen, sinken die Zahlen. Bei den Inzidenzen geht es darum, dass wir hoffen oder dass gehofft wird, dass die Zahlen sinken. Bei den steigenden Zahlen von Toten geht es darum, wie schrecklich ist der Krieg. Wer hat eben wirklich Menschen verloren? Aber die einzelnen Schicksale dieser Menschen oder, wenn wir auf das Corona-Beispiel zurückkommen, die einzelnen Zahlen der Inzidenzen und Sonstigem, was wir noch in Zahlen mitteilen können, ist etwas sehr Abstraktes. Und die Abstraktion ist natürlich einerseits wichtig, um Dinge generell begreifen zu können und vom Generellen dann natürlich auf das zu Differenzierende schließen zu können, also auf das Spezielle dann differenzieren zu können. Aber an sich ist der Umgang mit Zahlen eine Operation, ich betone tatsächlich Operationen, die nur eben einen bestimmten Anlass hat, nämlich zu mindern oder zu vermehren. Also wie eine einfache Rechenoperation, wie das, was wir in der Grundschule lernen, wenn wir addieren lernen oder wenn wir substrahieren lernen. Und dann kann ich natürlich das Addieren und das Subtrahieren nochmal ermöglichen, indem ich es multipliziere beispielsweise, indem ich es teile und all diese Dinge dann tue, also dividiere und so weiter. Aber ein interessantes Phänomen ist, wenn man das einmal nur mal so tagtäglich beobachtet, in den Nachrichten, in Dokumentationen, in Überblicken, in irgendwelchen Kolonnen, die man jetzt rechnet in der Buchhaltung einer Firma oder sonstiger Dinge, ist im Grunde immer wieder nichts weiter als eine Zahlenwelt. Als eine Zahlenwelt, wie wir sie, wie gesagt, in der Grundschule lernen und wie sie dann ihre Anwendung findet, also meinetwegen, indem wir Geld ausgeben oder indem wir Geld sparen oder sagen, mein Einkommen bzw. mein Vermögen ist so und so hoch oder es hat sich so und so gemindert. Also ein ständiges Rechnen in dem Begehren, etwas zu vermindern oder zu vermehren, etwas weniger werden zu lassen oder mehr werden zu lassen. Und das kann ich natürlich dann ausweiten. Ich kann sagen, ich bewege mich im positiven Bereich, also im Plusbereich, den sogenannten schwarzen Zahlen oder ich bewege mich im Negativbereich, den sogenannten roten Zahlen. Zahlen sind also Marksteine, wenn man es so nennen mag, sind also Indikatoren von etwas Bestimmten. Damit wir es natürlicherweise, das ist ja klar von der Logik her, nicht nochmal in komplexe Sätze oder Begrifflichkeiten hineinbringen müssen, sondern uns einfach mit der Zahl begnügen. Also meinetwegen, wir fahren mit dem Auto und wir wissen in Ortschaften, in geschlossenen Ortschaften darf man nicht mehr als 50 Stundenkilometer fahren, also zeigt mir mein Terrameter, dass die 50 Kilometer erreicht sind und daran halte ich mich dann. Das ist genauso bei sonstigen Geschwindigkeitsregelungen und so weiter. Soweit ist es natürlich etwas sehr Profanes, etwas, über das man sich nicht großartig Gedanken machen müsste, weil es sehr pragmatisch ist. Das heißt, unser Leben vereinfacht. Und jetzt kommt natürlich das Aber. Aber es bedeutet auch, dass unsere Weltanschauung in allen möglichen Bereichen tatsächlich auch immer wieder geprägt ist von diesem reinen Zahlenrechnen. Hätten wir dieses Zahlenrechnen nicht, würden wir ein anderes System haben, vielleicht kein Zahlensystem, sondern ein anderes System oder eine andere Begrifflichkeit oder andere Ausdrucksweisen, meinetwegen jetzt emotionalere Ausdrucksweisen, Befindlichkeitsschilderungen, was auch immer, wäre die Welt tatsächlich anders. Nur darauf möchte ich hinweisen, dass die Welt dadurch geprägt ist, wie wir eben sie abbilden. Es ist ja nichts weiter als eine Abbildung. Sprache ist nichts weiter als eine Symbolisierung und damit eine Abbildung von dem, was vorhanden ist. Und genauso sind das Zahlen. Aber wir haben natürlich auf der einen Seite die Sprachenwelt, die Ausdrücke, die wir mit etwas verbinden, die wir auch vergleichen, die aber als Ausdruck eine Hintergründigkeit besitzen, mit der wir tatsächlich etwas Komplexes assoziieren, mehr oder minder Komplexes assoziieren. Und damit uns in Befindlichkeiten befinden, die etwas in uns entstehen lassen, also etwas Emotionales, Bedürfnisse entstehen lassen, Fantasien entstehen lassen, Symbolisierungen im weitesten Sinn. Natürlich sind Zahlen auch Symbolisierungen, aber sie sind eine wesentliche Abstraktion. Und damit sind sie eine wesentliche Vereinfachung, nämlich Berechnung eines komplexen Vorganges, der sich nicht rein rechnerisch darstellen oder ausdrücken lässt. Das möchte ich mal festhalten, ist etwas sehr Wichtiges. Also sehr komplexe Dinge, wie auch immer sie, was auch immer sie beinhaltet, die wir in Zahlen ausdrücken. Wir sagen, der hat so und so viel Grad Fieber und wir möchten, dass dieser Mensch, der jetzt das Fieber hat, dass das Fieber runtergeht auf eine andere Temperatur. Natürlich ist es wichtig, das Fieber dann zu messen. Und wir leben ja in einer Welt, die sehr stark misst und die vor allen Dingen immer wieder ganz stark nachmisst. Ich habe mich zum Beispiel mal gefragt in meinem Leben, warum werden Landschaften, warum wird Geografisches immer wieder vermessen? Warum hören wir nicht auf als Menschen, die Erde zu vermessen? Das Grundstück zu vermessen, den Berg zu vermessen und so weiter. Bis hin zu physiologischen Größen, die es gibt, Blutdruck und so weiter. Warum messen wir ständig? Und warum scheint alles nur aus Messen und damit eben aus Zahlengeschehen zu bestehen? Dass wir zueinander in Relation stellen, also differenzieren dann. Natürlich, um die Dinge besser kennenzulernen, um sie handhaben zu können, ist gar keine Frage. Aber was macht das mit unserem, ich sage jetzt mal wirklich diesen Begriff seelischen, was macht das mit unserem seelischen? Führt es nicht dazu, dass das Seelische sich weiter entfernt, was immer der Inhalt des Seelischen ist, zu dem, was wir von dem Seelischen halten? Das heißt also, wie wir das Seelische ausdrücken. Und damit ist gemein natürlich das Emotionale, die Bedürfnisse und das, was sonst noch Seele ausmacht. Seele ist ja etwas, was wir als Menschen schwer greifen können. Es ist schwer greifbar, schwer fassbar. Schwer materialisierbar. Und insofern bleibt da nichts weiter als das Messen. Und die Psychologie ist voll von Messmöglichkeiten. Wir können die Intelligenz messen. Wir können sonstige Dinge messen. Wir können emotionale Zustände messen. Wir haben sogar subjektive Skalen, die aber auch mit Zahlen operieren. Einstände ist das ein Ding, was Sie mit drei bezeichnen würden. Mein Ding, es wird immer schlimmer werden. Von eins ist weniger schlimm und zehn ist ganz schlimm. Und solche Skalen, die wir auch ständig und stets benutzen, immer wieder Skalen und damit Zahlen in Abstraktion, um eigentlich seelische Zustände auszudrücken. Das ist interessant. Und wenn man den Gegenstand der Psychologie als Wissenschaft betrachtet, dann war vormals eine Psychologie oder eine Seelenheilkunde oder eine Seelenkunde etwas ganz anderes, als es heute in weiten Bereichen in differenzierten Gebieten ihres Daseins darstellt. Das ist interessant. Und dann stehst du da ständig vor Methodiken oder operierst mit Methoden, die sich rein durch Zahlen definieren und darstellen lassen. Und das ist natürlich bestechend, um das nochmal zu sagen. Es ist toll, eine Formel aus etwas zu machen und sie mit Zahlen auszudrücken, eine Statistik zu haben. Wenn ich so an ein Psychologiestudium denke, da ist der Statistik scheine etwas sehr Wichtiges, dass man einfach lernt, Messtechniken durchzuführen und Statistiken zu haben. Aber, es gibt eben das Aber, das ist nicht der Gegenstand, mit dem wir eigentlich immer wieder bei Menschen, mit Menschen, mit uns selbst umgehen. Es ist im Grunde genommen das Verlassen eines seelischen Zustandes oder wie auch immer definierten emotionalen Zustandes oder eines Bedürfniszustandes von Menschen in einen abstrakten Zustand hinein, in einen reinen Zahlenzustand, mit reinem Zahlenmaterial. Und bei Zahlen wissen wir, dass wir mit ihnen tatsächlich in dem Sinne operieren können, dass wir sie zueinander in Bezug setzen, dass wir sie eben, wie gesagt, im einfachsten Falle subtrahieren oder addieren. Oder dass wir Zielvorgaben dort drin haben und sagen, es muss so und so werden. Oder eben, wie gesagt, wir messen immer wieder Zustände nach. Wir machen sie dadurch plausibel, wir machen sie fassbar, sodass wir mit ihnen dann arbeiten können. Ich möchte das nur als Phänomen hinstellen und die Frage stellen, wie sehe, um das nochmal zu sagen, wie sehe eine Welt aus, die das nicht tut, die nicht mit Zahlen operiert, die nicht reine Zahlenoperationen hat, sondern es eben anders ausdrückt und anders in Bezug zueinander setzt und damit anders arbeitet und umgeht. Und wie wäre es, wenn die Welt der Zahlen noch stärker wird? Ich meine, wir leben alle in einer digitalen Welt, in einer zunehmend digitalen Welt und digitale Welt lebt von Strom fließt und Strom fließt nicht. Eins und Null. Strom fließt eins und Null. Strom fließt nicht. Also diese totale Versimplifizierung in ein abstraktes, symbolisierendes Niveau von Plus, von Eins und Null und nichts weiter. Und dann natürlich all das, was wir dann noch daraus machen können. Das ist interessant. Insofern ist jeder von uns tagtäglich einer schieren Zahlenwelt ausgesetzt, mit der er sich auseinandersetzt. Vom einfachen Fußballspiel, das vielleicht ein Weltmeisterschaftsevent ist, wo es auf die Tore ankommt, die Zahlen der Tore, bis über die Inzidenzen bei einer Corona-Pandemie, bis hin zu dem Tagesgeschehen eines Krieges oder der Tagespolitik oder egal, wo wir hineinschauen, letztendlich der Summe, die ich heute an Geld eingenommen habe in meinem Wirtschaftsunternehmen, in meinem Betrieb, durch mein Betteln von mir aus. Das sage ich abends, wenn ich aufgehört habe zu betteln und ich mache mich auf den Nachhauseweg. Ich habe heute 50 Euro eingenommen. Die zähle ich dann nach. Also dieses starke Zählen, dieses geradezu, um es jetzt auch noch mal auf den Punkt zu bringen, ausgeliefert sein in einer Zahlenwelt, die uns ja dann auch, bei allem, was sie positiv bewirkt, letztendlich in dieses Zahlendenken hineinzwingt und uns vielleicht auch etwas sicher erscheinen lässt, wo man sagt, naja, ich kann dir beweisen, dass die Statistik X so und so aussieht und dass es die Zahlen von Frauen gibt und von Männern gibt, die die und die Eigenschaften haben und so weiter. Natürlich ist das Niveau, das interessant ist. Aber wird dann unsere Welt dadurch nicht tatsächlich einseitig, durch diese gesamten Zahlenkolonnen, die stets da sind? Also ich frage mich das sehr oft in den Nachrichten, wenn ich Nachrichten sehe oder höre. Ständig werden Zahlen geliefert. Und ich frage mich dann, wie wäre das, wenn das nicht da wäre? Wie könnte es anders ausgedrückt werden? Gäbe es andere Möglichkeiten? Ich will also nur darauf hinweisen, dass wir eventuell in einer einseitigen Welt dadurch sind, die vielleicht immer einseitiger wird, weil wir immer wieder nachmessen und dadurch beweisen, dadurch verifizieren, aber immer wieder in den Zahlenmustern geradezu, ja was ist es denn? Gefangen sind, ist ja keine Gefangenheit. Das ist ja jetzt ein krasser Ausdruck, aber doch letztendlich sehr stark uns darin befinden und unsere Welt auf diese Art und Weise dann geprägt wird. Das ist interessant. Alles ist Zahl und Unterschied oder das Weltgeschehen in Zahlen. Das ist ja jetzt ein krasser Ausdruck.